Herzliche und gesegnete Ostergrüße möchte ich Ihnen aus Brüssel übersenden. Dieses Osterfest ist im Jahr 2020 ein ganz besonderes Fest. Es ist geprägt von Covid-19. Viele Menschen sitzen alleine zu Hause und erinnern sich an die schöne Zeit im Kreise ihrer Liebsten, wo man noch Eier suchen gegangen ist. Dieses ist leider in diesem Jahr nicht möglich. Ich möchte Sie bitten, Ihren nächsten Angehörigen, Verwandten, Bekannten oder von Menschen, wo Sie wissen, dass Sie dieses Osterfest alleine zu Hause verbringen, einfach mal anzurufen und nette, freundliche Ostergrüße zu bestellen. Trösten Sie die Menschen und bereiten Sie sich auf eine Zeit nach Covid-19 vor und dass wir dann das Osterfest 2021 gebührend groß feiern werden. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein wunderschönes, gesegnetes Osterfest 2020. Untertitelung des ZDF für funk, 2017